Jo Leute und was geht ab jetzt? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute geht es um clever bot der clever bot ist halt ich bin halt wir starten direkt rein und schreiben ich hoffe der clever bot nicht wieder auseinander die letzte folge wenn ihr clever bot folge sieben gesehen hat dann wisst ihr was ich meine von wegen er hat mich auseinander genommene der dg den hat er mit mir gemacht er hat mich auseinander genommen wie geht es dir so ich schreibe es auch immer so weit auf die konversation warum ist das jetzt die am anfang immer weg du gehörst dann nicht hin komm an die ich bin ich natürlich wasser hast du kannst so videos oft erst mal wo sind wir jetzt auf einmal bei englisch durch sich schon den titel clever bot switch wenden die sprache das was ist mein favorite spiel scheiße dafür mein achte ich doch bei meinem spiel ich suche das komme ich drücke die ganze zeit cx y im moment tatsächlich noch wieder und die zwei das war es eigentlich tatsächlich beide teile davon meine teile sind geil und auch wenn ich nicht ganz verstehe wie das spiele funktionieren soll aber es ist ja jetzt bin ich mal und welche Farbe hat natürlich bisschen beschissen natürlich weil stimme momentischer nicht also ich das jetzt hat ich bin dann bin was für den server würde ganz kurz ich begleite das nachfragen weil ich bin gerade verwirrt bis gleich musste ganz kurz was klären weil ich die ganze nachrichten bekommen von wegen bis auf eiferschein server wo ich mir so denke ich bin irgendwie auf keine ahnung 70 80 server drauf oder so die älter von ist 5 n wegen paar skript und so ich habe mein disco geflutet mit server jetzt habe ich vergessen was ich schreiben würde ich will nicht dann hast du pech dich er nimmt mich wieder aus der trotz bis zu 80 was ich wollte jetzt wirklich gerade 18 schreiben ich würde in jeder folge ist erklärt was 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 der klappt hat geschrieben rate bin ich ein mädchen oder ein jungen schreibt ein mädchen erklärt wurde cool ich auch was ich bin auch ein junge das ist mir wirklich ein bisschen zu holen also das würde mich sehr freuen und ja schaute die video beschreibung da ist alles verlinkt da kommt ihr auch zu meinem disco zu und ja haut rein bis zum nächsten mal bis hin tschüssi dschüssi haực haực